Bewegung ist da. Eigentlich müssten alle Marktteilnehmer glücklich sein aktuell, denn Bewegung ist ja das, was insbesondere die Aktiven unter uns besonders mögen. Wichtig wäre es allerdings, dass es die richtige Richtung ist und das ist zumindest mal für all die, die immer eine Aufwärtsbewegung haben wollen, nicht jetzt ganz optimal gelaufen. Zumindest beim Dow Jones, denn der zeigt im Moment nach unten oder hat nach unten gezeigt. Tatsächlich, ihr seht, ich habe hier eine alte Zeichnung extra mal drin gelassen, ist mein Pfeil doch schon fast wieder nach oben gerichtet. Ja, warum das Ganze? Weil wir eigentlich unseren Klassiker hier haben, über den ich ja gelegentlich hier rede, nämlich eine deutliche Aufwärtsbewegung, die latent fünffällig ist, also zumindest so auf den ersten Blick und dann gibt es gerne eine A, B, C Korrektur und wenn die jetzt dann allerdings rum ist, dann wäre doch toll, wenn der Kurs weiter nach oben geht. Also insofern wäre das eigentlich perfekt aktuell. Wir können davon ausgehen, dass die Chancen dafür gar nicht so schlecht sind. Warum also Sorgen machen? Nein, Sorgen machen sollte man sich sowieso nicht. Bis jetzt ist dieser Rücksetzer beim Dow Jones ungefähr so gewesen, wie das sein sollte. Das ist sehr häufig so um die 38. Es darf in diese Zone gehen, aber so die 38 ungefähr, das ist nie ganz genau, auch wenn es jetzt hier ziemlich passend ist, also da nicht blenden lassen, das kann auch mal abweichend davon sein, beziehungsweise so das Tief dieser vierten Welle, das sind so Orientierungspunkte. Vielleicht kann man auch noch weitere Orientierungspunkte, das ist manchmal so, wir können es mal gemeinsam kurz durchgehen. Komm, machen wir uns den Spaß. Ich weiß es gar nicht, ich habe es noch gar nicht gemessen hier. Wenn man einfach guckt, okay, Extension, also die Gegenbewegung messen, dann hatten wir hier eine Marke, okay, und hier eine Marke. Die ist alleinstehend und da ist der Markt ja eh schon durch, brauchen wir also theoretisch erstmal nicht mehr. Aber dann seht ihr hier ist schon mal so ein bisschen eine Cluster-Bildung und eine andere Argumentation ist immer noch mal die erste Bewegung nach einer ABC, also dieser Aufwärtsbewegung noch mal und dann sehen wir, naja, es gab schon mal engere Cluster zugegeben, aber so in etwa ist diese Zone eben die, die für ein Tief schick wäre. So, und da kommen wir jetzt zum Konjunktiv. Heißt das jetzt also, ich kann jetzt massiv auf Long gehen, es ist ein Indiz, dass der Kurs hier dreht. Er hat nämlich alle Bedingungen erfüllt, die eine ordentliche Korrektur haben müsste. Also wir dürfen jetzt nicht jetzt traurig sein, so von wegen, ah, Rücksetzer. Nein, das ist ein normales, typisches Verhalten. Im Prinzip das gleiche, was wir hier haben, nur in groß, nämlich bezogen auf diesen gesamten Fünffäller, den wir jetzt hier haben. Und damit besteht die Chance, dass der Kurs nach oben geht. Für mich ist dann immer ein Indiz dafür, dass es wirklich nach oben geht, wenn wir da oben dieses Zwischenhoch durchstoßen. Und das ist für viele etwas, wo sie sagen, ja, aber da oben erst, ich würde jetzt gerne hier unten einsteigen, da bin ich doch schon fast am Ziel. Na gut, Ziel dieser Geschichte wäre eigentlich, dass wir das, was wir hier vorne haben, diese Bewegung, so in etwa noch mal nach oben bekommen. Also ihr seht, dann wären wir sogar in Bereichen von 35.800 irgendwas in etwa. Das muss nicht so hoch laufen. Aber irgendwie sowas in diesem Sinne. Und wenn wir das jetzt mal in den großen Kontext uns angucken, jawohl, das würde sich doch hier überhaupt nicht beißen. Das war noch mal ein sehr bärisches Szenario, was natürlich auch möglich ist, aber ja nicht zwangsweise das Favorisierte. Ihr seht, das ist eigentlich so eher mein favorisiertes Bild, was wir hier haben. Und wenn dem so wäre, dann würde das für eine Fortsetzung nach oben sprechen. Und ihr seht, auch da ist 36.000. Auch hier mit den Clustern da oben absolut nicht irgendwie was Auffälliges. Und es darf sogar noch mehr werden. Aber das soll nicht die Aufgabe für heute sein. Damit er das macht, müsste er allerdings dieses Zwischenhoch hier reißen. Das ist das Zwischenhoch von 20 Uhr gestern. Was war das gestern? Der siebte. Jawohl, das war von gestern. Nicht nicht gestern Abend notwendigerweise. Gestern so dieser Zwischenhochpunkt. Generell gesprochen gab es mehrere Hochpunkte. Das wäre ein Indiz. Ja, kann man nicht tiefer schon einsteigen? Doch kann man. Man kann natürlich sagen, wisst ihr was, wir haben hier ein relativ enges Cluster. Ich mache jetzt einen Augen zu und durch Trade. Insofern, dass ich sage, wenn er da jetzt abprallt und wirklich so weit hoch geht, habe ich doch eine Riesenchance-Risiko-Verhältnis. Wir können das mal so ganz bisschen andeuten. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt ungefähr auf diesem Niveau einfach mal blindlings jetzt hier einen Einstieg wagen und ich würde stoppen, falls es doch noch mal tiefer geht als diese Bewegung. Und mein Target ist wirklich da oben irgendwo. Dann seht ihr, wir haben hier nicht über die Größe jetzt schimpfen, ob das großes Konto, kleines Konto, das ist völlig belanglos. Aber dann seht ihr, wir haben ein fast 7 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis hier. Ja, also 1.000 im Risiko, 6.000 oder knapp 7.000 im Gewinn. Das geht natürlich genauso. 10 Euro im Risiko und 68 im Gewinn. Bitte nicht davon irritieren lassen. Aber gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Dieser Trade ist per se ja nicht schlecht, aber ihr müsst, wenn ihr so einen Trade jetzt macht, damit rechnen, dass die Trefferquote nicht sehr hoch ist. Denn die Gefahr, dass er vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefer dippt, dass es doch noch nicht 100 Prozent das Tief ist, die ist ja immer noch gegeben. Also deshalb für die, die mehr Sicherheit, mehr Bestätigung haben wollen, wäre das hier eine zusätzliche Bestätigung. Allerdings eine Verschlechterung der Chance-Risiko-Relation. Ist klar. Wer das andere Spiel machen will, dann so wie eben gezeichnet. Eine dritte Variante wäre, indem man jetzt prüft, ob der Kurs hier im Nahkampf-Chart, wie ich sage, hier in diesem Ding, vielleicht im Laufe des Nachmittags heute noch mit einem schönen Impuls nach oben geht und, genauso wichtig, korrektiv, sprich wackelig nach unten. Beides ist wichtig. Im Moment, muss ich sagen, ist das noch nicht wirklich ein Impuls. Das heißt, in diesem Moment, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ist das schon jetzt der Überzeugung, ja, jetzt geht's hoch? Irgendwie habe ich noch nicht den Eindruck. So ganz sicher bin ich mir dabei noch nicht. Also zwei Varianten entweder abwarten, bestätigen lassen oder er soll das hier im Kleinen noch mal ein bisschen sauberer hinkriegen. Und dann kann man ja gerne wieder überlegen, ob man damit einsteigen kann, dass dann die nächste Aufwärtsbewegung ist. Und dafür würde dann viel sprechen, wenn wir sowas bekämen. Denn das würde in dieses Bild mit dem Cluster hier unten als Unterstützung passen. Das würde auch in das übergeordnete Bild mit diesem Verhaltensmuster passen und das würde auch in das ganz übergeordnete Bild passen, Aufwärtstrend und Fortsetzung noch mal nach oben. Aber Hausaufgabe hier im Detail das Ganze. Also ihr seht, darauf läuft das Ganze hinaus. Ich will jetzt gar nicht groß die anderen Indizes. Das ist jetzt eure Aufgabe, euch selber mal ranzutrauen. Wie sieht es denn beim Dow Jones? Nein, das war der Dow Jones. Wer sich wundert, YM, das ist Dow Jones. Wer sich mal mit dem S&P auseinandersetzen will, schaue sich das unter den gleichen Gesichtspunkten noch mal an. Und wer den Nasdaq natürlich gerne hat, kann das Gleiche dort machen. Die Bilder sind ein bisschen unterschiedlich zwischen den Techies und den Bluechips. Diese Logik, die dahinter steckt, die ist aber tendenziell bei allen sehr, also eigentlich gleich, aber natürlich mit Varianten. Das muss man immer dazu sagen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und viel Erfolg an den Märkten.